der herrto kommt vorbei bevor sich das ein schattenritter 222 sind da ausweichen ausweichen gerade eine hat mich erwischt scheiße ausweichen ich muss auch mal eben was essen übrigens die chili sind nicht schlecht wir brauchen zwar ein bisschen bis die auflage also dich aufladen aber die geben dir ganz gut wenn es portal nehmen wir denn als erstes da oben ne ach so wenn wir die jetzt vorsicht das ein schattenritter diese grünen leuchten wenn wir die jetzt aber aktivieren finden wir die nicht mehr wieder ja aber das sieht man ja relativ übrigens da waren wir auch ja da waren wir glaube ich schon hier waren aber noch nicht überall du hast das portal bauen aber ist doch egal wir können doch eh zu der welt porten ja 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 klar das schon aber wenn wir nachher suchen weißt du ach so ich muss erst noch ich muss erst noch die porten doch meistens ja aber du siehst ja dann uns fehlt ja noch ein portal weißt du ja aber sehen wir ja dass das aktiviert ist nee wir sehen die ja nicht dann nicht mehr nee aber du siehst dass das aktiviert ist ja 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 aber dann wissen wir nicht mehr die richtung begehen müssen trotzdem so in die tash neuen portale portal steine ein aktiviertes portal was soll ich warten weihnachten dann kommen so durch eins zwei drei was moskau die reisen nach moskau es gibt er ist der wild zu der man durch ein mysteriöses portal gelangt aber mal ehrlich wer glaubt schon geister ich ja genau energiekristalle die brauche ich für waffen moskau aua 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 okay wir sind eigentlich parallel zum landratten da sind blaue steine oben guck mal landrattenlandung hier sind so blaue hier sind blaue steinchen und ich brauche ja im moment na guck doch was das ist oh oh ja roher stromquatz ist das geil ich kann mir eine bessere waffe jetzt craften schön für dich schön für dich war das jetzt gerade der hund der sich oben bewegt hat oder nein wer denn weiß ich nicht ich würde mir gerade irgendwie was knallen ja ich geh gleich mal gucken ja weil die dinge habe ich vorher sonst immer nur woanders gekriegt äh warte ich guck mal eben was man generell hier findet wo sind wir denn das ist schon mal gut für mich und weiß ich nicht wie viele fragezeichen hier gibt es auch ein paar mpcs definitiv wir haben noch keine entdeckt hinter und ist auch was wir gespannt sind oh stimmt jetzt wurde das und eine kokospalmung oder kokosnutzung Moment ich muss mal in meinem inventar nochmal er hatte sonst komme ich mir so schlecht hoch hier ja der sieht aus wie eine palme ja eine palmenfrucht der da läuft oh hier geht es runter Obstpalmen Setzling hier geht es direkt runter finde ich sehr zutraulich hast du oben im schrank denn schon geguckt wahrscheinlich es geht sehr tief nach unten ok oh man eine mumie das ist die einzigste es geht aber ja nun wurde es auch nicht von der angerutzt ich bin ja derjenige der angerutzt worden ist von der welches level haben wir eigentlich noch mal gucken deswegen will ich ja eine bessere waffe machen aber dafür brauche ich dieses quatsch jetzt kann ich nämlich schon eine bessere waffe also einen besseren oh ich bin level 16 oh level 16 Moment ein Moment liebe Faye ein Moment und alter Mann stärken ausdauern das ist natürlich besser kann ich nur ich kann glaube ich auch ein neues Talent nein kann ich noch nicht Talent noch nicht aber ich kann den hier anlegen oh man ich sehe sehr doof aus Faye bist du noch da Faye ja ja ich bin da zeig mal ach du scheiße wo warst du hin ich habe nur was getrunken ach so weil du ja immer rumkackst kacke wie kack ich brauche einen besseren zauberstab aber ich kann mir jetzt einen machen da ist auch wieder eine mumie auf jeden Fall ne ein Skelett das ist Skelett feiner Junker das war es schon schau mal schriftrolle habe ich auch zwei von ich gebe dir eh generell mal eben alle Schriftrollen und hier habe ich noch so ein Totem und das ich glaube dann habe ich es ne was du mit den Pilzen hast du hier jetzt rausgeschmissen ja die brauche ich nicht ach so die kann ich ja nicht essen mit meinem Helm finde ich mich sehr toll übrigens das sieht sehr doof aus das ist aber ich musste den halt anziehen weil er eben halt viel viel besser ist als den ja ich müsste mir mal neuen Dings machen und zwar neues schwert nicht schwert neue Waffe ich würde ich würde den kennt die kennchen ich bin Kostel ja 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 o e bei den Darmann kann auch und 4 vielleicht so was sind jetzt mit Knochen uns die anderen dazu ich glaube es tut er war nicht ein bisschen weg okay die kriegen wir auch platt so viel wissen wir schon genau diese stromquatze brauche ich muss gerade essen jetzt bin ich wieder voll ich weiß warum ich die hose angelassen habe oder ja was bringt mir nichts ich habe selbstheilung ich heile selber deswegen ja warte mal das ist auch verdächtig hier da ist was verdächtiges wird angehört ist er am feiten wenn ich am buddeln das ist verdächtig und die sicht ist hier du kannst hier irgendwo umschalten ich habe vergessen wie es war ja hier ist leider nichts schade aber was haben wir gelernt immer vorher gucken ja sandstein hier sind sonst nicht viele rohstoffe sie ist ja was du hier abbauen kannst alter habe ich mich jetzt verjagert und die türen auf kommt die rotzende mumie direkt hier runter geht's das heißt hier kommen welche ja was hast du angerotzt hä wurde angerotzt weil du einfach irgendwelche türen das ja hallo sonst vor dem rotzende mumie ich habe die zähne gefunden vor dem 2 und müssen die lehre 1 ich glaube ich so irgendwas mitmachen mit den antiken schäden wahrscheinlich das ist nur eine die platze oh das Ding auch platzen muss hier das gehört sich nicht ich brauche einen besseren zauberstab der geht mir langsam echt ich habe mich immer getroffen zu schießen wir müssen mal gucken ob da irgendwo ich doch ein falscher ist oder so ja wo denn das ist ein schmaler gang ja den habe ich ja zuerst nie gesehen guter kristallblock ich habe ein rezept gefunden hier hast du einen mannertrank ich kann mit dem anderen trinken ja nichts machen also warte mal roter kristallblock der wird aus äh safir ich habe hier deine scheiße ein das ist vorhin auch guck mal da wird man übersehen hier toll ich habe Wasserbomben gesammelt jähähäh Wasserbomben jähähäh die Machen der Feuerlöschen oder was Tülle die Riechel vor allem ja was sonst ist hier sind leider nicht so mal runtergraben nur haben weil hier eine Tür oh hier ist glaube ich eine NPC wo gehen wir denn erstmal mit dem oh nein oh da ist eine Truhe Lolo der Guru hallo Elysia wird von innen heraus zum Schatten die Portale bleiben unsere einzige Hoffnung was ist da hinten eine Truhe hier sind keine Portale übrigens das sagt sie mir jetzt ok ja aber ich will jetzt hier runter gehen ja besser als da kommen wir ja immer noch irgendwann hin ich habe ein bisschen Angst beim runterspringen oh 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 sag einmal hallo oh sag mal hast du mal aufzuspringen also hier gibt es keine Portale hier sind nur zwei Türen ´h h h die Mune wirklich schlapp machen ich habe mich hier verloren die Dinger hier kaputt machen wir hast auch Geld drin in den Vasen bestimmt Und EP Stinkt Also eigentlich können wir wieder zu der einen Insel zurückporten und das zweite Portal Nachher Das zweite Portal dann da eröffnen Eins ziehen Warte, das sind nämlich ganz viele So, nächster ziehen, warte Äh, die ist zu weit weg Nö, nö, du hast noch voll schön schlafen Nö, nö, die war zu weit weg Mist Eier, warte Wurde sind's Null Null so gut Null bin ich dabei Hier ist so verdächtig So mega verdächtig Da ist einfach nix Oder? Es ist einfach nix dahinter Vielleicht unten Aber es war so eine andere Nicht nur nach unten graben, bloß nicht Äh, andere Tür Wir hatten doch noch eine andere Tür Vorn andern Seite Warte, aber ich muss mal Ja, da war noch eine andere Tür Auf einer Äh, du hatten doch dann Zwei Türen Muss man eben hier Einen Schleifstein benutzen Danke Sind du an so einer Gegend gekommen? Da waren zwei Türen Durch die eine sind wir gegangen Auf der anderen Seite nicht Ach, hier Funden Oh Ne, ich geh nicht weiter Kannst du, kannst du Ne, mach ich nicht Warte, komm her Warte, bis du kommst Warte Warte Ach, das hat die zwei Sklette Hab ich gesehen, die zwei Sklette sind So, jetzt grabe ich hier nochmal Sehr verdächtig Sehr verdächtig Sehr, sehr verdächtig Oh, da ist noch so Da vielleicht mal unten Ne Warte mal Krebs ist auch viel zu weit oben Vorsichtig Vollgleich wie wilder Weil hier ist nämlich mehr Stein Unten Auf jeden Fall Okay, da ist Nix Auf nur Boden Ne Wo ist ein wenig Das nix Ich würde vielleicht gleich mal vorschlagen, dann das zweite Portal zu nehmen Ja Naja 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 Da Da ist nämlich schwarz Da, da ist nämlich schwarz Aua Da ist nämlich schwarz Ich hinschle mich unter Und das sind die Gesande Ach Ach Ich mach mal auf damit, Junge So Für sichere von denen, die gekommen sind Alle noch Ja Ja Ich erzähle dir doch kein vom Pferd Wieso Naja Naja